Hallo bei eGroupware. Damit Sie eGroupware in Zukunft noch effizienter nutzen können, gibt es ab Version 14.2 mehrere neue Funktionen. Zum einen haben wir eine neue File-Sharing-Option, mit der Sie Dateien noch leichter mit Partnern oder Kunden teilen können. Zum anderen gibt es ab 14.2 den Home-Bildschirm, Ihre virtuelle Pinnwand, die eGroupware für Sie übersichtlicher und intuitiver nutzbar macht. Die dritte wichtige Neuerung ist die Tablet-Unterstützung, mit der Sie eGroupware noch besser auf mobilen Geräten nutzen können. Wir erklären kurz die Neuerungen im Dateimanager. Ab Version 14.2 ist es mit der eShare-Option möglich, Dateien auch für Personen freizugeben, die eGroupware nicht verwenden und diese außerdem nicht nur als Anhang zu verschicken, sondern direkt per Link zugänglich zu machen. Der erste Weg zum File-Sharing ist, über das Kontextmenü auf Datei versenden zu klicken und dann entweder einen Link zur entsprechenden Datei zu verschicken oder eine Freigabe zum Lesen oder auch Bearbeiten der Datei zu übermitteln. Eine neue E-Mail mit dem Link wird geöffnet und Sie können einstellen, wie lange der Link gültig ist und ob der Empfänger die Datei lesen oder auch editieren darf. Wenn Sie möchten, legen Sie für noch mehr Sicherheit zusätzlich ein Passwort fest. Eine andere Möglichkeit, Dateien und Ordner über eGroupware zu teilen, ist, eine neue Mail zu öffnen und dann den Freigabelink einzufügen. Im unteren Bereich wählen Sie dann, wie Sie die Datei freigeben möchten. Beim eSharing haben Sie immer die Wahl, eine lokal auf Ihrem Rechner gespeicherte Datei freizugeben oder Dateien aus dem eGroupware Dateimanager. Unser Tipp, bei kleineren Datenmengen und wenigen Empfängern verschicken Sie problemlos die Dateien selbst. Bei größeren Dateien, Ordnern oder mehreren Empfängern nutzen Sie die Links. So machen Sie große Datenmengen auch externen Nutzern schnell und einfach zugänglich. Die zweite Neuerung in 14.2 ist der Home-Bildschirm. Hier können Sie mit eGroupware Ihre eigene Pinnwand erstellen und alle Funktionen, die Sie oft benutzen, ablegen. Um zum Beispiel bestimmte InfoLog-Einträge immer griffbereit zu haben, lege ich meinen entsprechenden Favorit per Drag & Drop in Home. Kontakte, die ich häufig brauche, ziehe ich genauso auf den Home-Bildschirm. Auf dem gleichen Weg kann ich im Kontextmenü verschiedene Optionen wählen, die ich im Home haben will. So lege ich zum Beispiel auch einen Kalenderfavoriten in Home. Alle Pinnwandfenster kann ich in der Größe beliebig verändern. Über den Pfeil links oben im Favoritenfenster passe ich die Ansichten an. Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag öffnet dieser sich wie gewohnt zum Bearbeiten. Zum Editieren oder Löschen eines Binnwandfensters klicke ich mit rechts auf dessen oberen farbigen Rand. Als Administrator legen Sie ganz oben in Home eine Nachricht für alle Mitarbeiter an, die Main Screen Message. Hier können Sie zum Beispiel wichtige Neuigkeiten oder hilfreiche Links platzieren. Sie haben jetzt bereits zwei wichtige Neuerungen der Version 14.2 kennengelernt, File Sharing und Home. Die dritte Weiterentwicklung in 14.2 ist die Tablet-Unterstützung. Wir zeigen Ihnen hier die wichtigsten neuen Funktionen. Das Menü öffnen Sie über den Button links oben. Wollen Sie es schließen, um mehr Platz zu haben, klicken Sie auf den Pfeil an der gleichen Stelle. Sie finden dann alle Anwendungen in der linken Leiste. Am Beispiel von Infolog erklären wir kurz die Bedienung mit dem Tablet. Um einen Eintrag im Fullscreen-Modus zu öffnen, klicken Sie einmal auf den Eintrag. Möchten Sie einen Eintrag editieren, klicken Sie länger darauf und öffnen so das Kontextmenü. Auf Ihrem Tablet können Sie aber auch mit Wischgesten arbeiten. Um zum Beispiel mehrere Einträge zu markieren, wischen Sie mit dem Finger von links nach rechts darüber. Dann können Sie über das Kontextmenü alle gewählten Einträge bearbeiten. Wenn Sie Ihr Tablet drehen, passt sich die Ansicht automatisch an. Die Menüleiste befindet sich dann oben, also immer auf der kurzen Seite Ihres Tablets. Nun kennen Sie die drei wichtigsten Weiterentwicklungen in 14.2, File-Sharing, Home und die Tablet-Unterstützung. und die Tablet-Unterstützung. Und die Tablet-Unterstützung. Vielen Dank.